Hallo liebe 96-Fans, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute unseren dritten Torwart Leo Weinkauf bei mir und dem werden wir jetzt gleich mal ein paar Fragen stellen. Hi Leo, schön, dass du da bist. Du warst etwas verdutzt, dass wir dich angefragt haben für ein kurzes Interview. Aber erstens wissen wir noch gar nicht so viel über dich und zweitens im Blick auf den nächsten Gegner bist du natürlich unser Mann, weil du bist im Sommer vom FC Bayern München zu Hannover 96 gewechselt. Erstmal freue ich mich, dass ich hier sein darf und ein paar Worte wechseln kann. Ansonsten habe ich natürlich erst mal gedacht, aufgrund meiner aktuellen sportlichen Situation als dritter Mann, habe ich erst mal so gedacht, wäre ich nicht die erste Wahl für dieses Interview. Aber natürlich mit meiner Vergangenheit hoffe ich, dass ich ein paar Worte über den FC Bayern, aber auch über unsere aktuelle Situation hier kundtun kann. Dann fangen wir doch gleich mal an. Was glaubst du denn, wie die Bayern in diesem Jahr zu schlagen sind? Ich glaube, allein die Bayern zu schlagen ist immer schwierig. Aber man hat jetzt gerade auch in der nahen Vergangenheit mit den leichten Problemen, würde ich jetzt mal sagen, in die Saison rein mit einem neuen Trainer, ist es immer schwierig. Hat die Vergangenheit auch schon gesagt, dass es ab und an immer schwierig war, dass ich das alles erst finden muss. Aber jetzt die vergangenen Spiele, muss man schon sagen, dass sie wieder so ein bisschen konstanter geworden sind, was jetzt vielleicht gerade nicht so positiv für uns ist. Aber ich denke, hier zu Hause mit den Fans im Hintergrund ist da sicherlich hoffentlich etwas zu holen. Was meinst du, wie sollten wir ins Spiel gehen? Wir haben ja eigentlich ein ganz gutes Spiel in Mainz gemacht und dann so ein bisschen um die drei Punkte betrogen, würde ich jetzt mal sagen. Aber wir können glaube ich auch viel Positives aus dem Spiel mitnehmen, oder? Ja, also ich glaube, dass es bei uns wieder auf jeden Fall eine geschlossene Mannschaftsleistung sein muss, dass wir natürlich wieder kämpferisch auf jeden Fall die ähnlichen Tugenden auf den Platz legen müssen, wie wir es jetzt gegen Mainz gemacht haben. Natürlich ist dann im Endeffekt immer das Quäntchen Glück, dann auch ab und zu mal entscheiden. Jetzt war es mal wieder nicht auf unserer Seite. Aber wir müssen es weiter erzwingen und müssen weitermachen. Das ist so nun mal im Fußball und wir hoffen natürlich, dass es am Samstag dann positiv für uns endet. Jetzt hast du ja mit Manuel Neuer zusammen trainiert. Welche Fähigkeit hättest du denn gerne von Manuel Neuer? Puh, ja, das ist natürlich schwierig. Das ist natürlich die einfache Fähigkeit, welche ich nicht hätte. Aber nee, also erst mal am Fuß ist er natürlich erst mal Weltklasse, was natürlich jetzt gerade so das moderne Torwartspiel natürlich auch mal in eine neue Sphäre gepackt hat oder gebracht wurde. Ich glaube, dass er einfach durch seine Dynamik und seine Explosivität einfach nochmal einen Vorteil gegenüber anderen hat und einfach seine Ausstrahlung auf dem Platz. Im Fuß bist du ja aber auch gar nicht schlecht. Wir haben dich ja auch im Training schon häufig als Weltspieler gesehen und gar nicht nur im Tor. Ja, natürlich war in München gerade auch nochmal der Fokus noch mehr darauf lag, also lag noch mehr darauf, dass wir flach rausspielen und versuchen, lange Bälle zu verhindern. Das haben wir natürlich dann im Training auch immer wieder versucht umzusetzen und ist mir, glaube ich, dann mit der Zeit immer besser und besser gelungen. Warst du denn schon immer Torwart? Ich muss sagen, da ich immer, ich habe angefangen mit meinem älteren Bruder, ich war da immer der Jüngste und natürlich war es früher immer so, der Jüngste muss ins Tor und dann war ich irgendwann gar nicht mal so verkehrt. Und dann haben sie mich im Tor gelassen und da habe ich manchmal noch eine Halbzeit im Feld gespielt. Das habe ich auch dann auch in der Jugend in Bremen noch ab und zu mal gemacht. Aber sofern es eng wurde, bin ich im Tor geblieben. Okay, groß gewachsen bist du ja auch. Von daher, das fasst alles zusammen. Jetzt haben wir zu Beginn der Saison mit dir ein kurzes Porträt aufgenommen. Da musstet ihr unter anderem sagen, was eure Hobbys sind. Das habe ich mir nochmal angeguckt und du hast unter anderem angegeben, dass du gerne angehilft. Ja, ist auch nach wie vor ein Hobby von mir. Ich habe früher, bin ich mit meinem Vater und meinem Bruder oft angeln gewesen. Und dann haben wir uns irgendwann dazu entschlossen, dann halt nicht mehr an den Forellenteich zu fahren, sondern auch in Sportfischereivereien einzutreten. Und dann ist mein Cousin irgendwo noch dazugekommen und so ist es dann halt, wenn wir mal im Sommer irgendwie uns alle in Oldenburg wiedersehen. Dann gehen wir da mal an den See und quatschen einfach mal auf einer ganz entspannten Ebene. Und wenn dann natürlich dann mein Fisch auch noch aus dem Wasser gezogen wird, dann wird sich auch gegenseitig auch gefreut. Das ist dann immer noch so ein kleiner Wettkampf dabei. Ich denke, dass ich der Ehrgeizigste von allen bin. Aber ja, ist immer ganz cool und eine sehr lustige Veranstaltung. Das war so der dickste Fisch, der dir ins Netz gegangen, sagt man ja dann glaube ich. Ja, also ich glaube, das war ein Hecht. Aber das will ich jetzt nicht. Aber ist jetzt keine Übermaße gewesen. Aber wir freuen uns über jeden Fisch, der da rauskommt und das ist die Hauptsache. Jetzt bist du ja seit knapp einem Jahr in Hannover. Hast du dich soweit schon gut eingelebt? Ja, also ich würde sagen, dass ich so mein nahes Umfeld schon jetzt hier so ein bisschen gefunden habe. Dass ich auch weiß, wo ich ganz gut essen gehen kann, wo ich ganz gut die Zeit vertreiben kann. Und man kommt hier immer besser und besser an. Der Weg nach Hause nach Oldenburg ist natürlich kürzer. Das ist natürlich auch für freie Tage immer interessant, dann mal nach Hause zu fahren. Und auch mehr Familien-Events dann in Oldenburg auch wahrnehmen zu können, wenn halt etwas dann steht. Und das ist natürlich jetzt im Vergleich zu München das Positivere. Das Wetter war natürlich jetzt auch noch richtig gut hier in Hannover. Was natürlich am Anfang vom norddeutschen Schiedwetter natürlich dann immer ein bisschen anders erwartet wird. Aber ich bin allerdings in allem sehr zufrieden. Was sind so deine Lieblings-Hotspots? Meine Lieblings-Hotspots? Also ich muss sagen, aktuell gefällt mir der Weihnachtsmarkt sehr, sehr gut. Das muss ich sagen. Gerade so der kleine Wald, den sie da aufgebaut haben, das hat schon Qualität. Und ansonsten bin ich eigentlich ganz gerne so bei mir im Umfeld, an der Allenriede, im Zoo. Und ja, da kann man es ganz gut aushalten, glaube ich. Kinderpunsch und Kakao dann auf dem Weihnachtsmarkt? Natürlich, natürlich. Professionell. Okay. Und wer so dein bester Kumpel aus der Mannschaft? Also ich würde sagen, dadurch, dass ich mir halt auch das Zimmer mit ihm teilen und jetzt zum Glück auch Silvester mit ihm feiern darf, ist Kevin Wimmer. Das war am Anfang, wo wir zusammen aufs Zimmer gesteckt. Ich hatte vorher schon die Anekdote zum österreichischen Zimmerpartner, das habe ich mir aufrechterhalten. Das setze ich durch. Ja, da komme ich nicht von los wahrscheinlich. Nee, mit dem verstehe ich mich sehr, sehr gut. Aber ansonsten bin ich eigentlich auch... Wir gehen oft essen mittags nach dem Training. Da sind dann Bruno, Korbi, Matze, da sind viele dabei. Das ist immer fluktuierend. Da kommt mal der eine dazu und dann ist mal Pirmin dabei oder so. Das ist schon wirklich schön. Und es freut mich auch, dass wir da so ein geschlossenes Team haben. Ja, und ja, auch sehr wichtig für die aktuelle Situation. Natürlich. Kannst du uns denn verraten, was der Silvester macht? Wir werden... Nein, nein, nein. Wir werden in Wien, denke ich mal, feiern. Der Kevin hat da irgendwas vorbereitet und da werde ich mich dann auf den Weg machen. Und da werden wir, denke ich mal, einen ganz entspannten Abend genießen. Ja, in Wien finde ich persönlich auch sehr schön. Ich war noch nie da. Ja, dann musst du dahin. Deswegen bin ich sehr, sehr aufgeregt und sehr gespannt, was mich da erwartet. Ja, ja. Lass uns nochmal kurz so einen Schlenker wieder zurück zum Sportlichen machen. Gerne. Du hast es ja auch schon so ein bisschen durchklingen lassen. Also, du bist jetzt als dritter Torwart nach Hannover gekommen. Du spielst ja in der zweiten Mannschaft Stamm. Aber bestimmt wünscht man sich doch auch gerade als dritter Torwart, dass man nicht nur im Training, sondern eigentlich auch bei den Spielen Bestandteil der Mannschaft ist. Oder? Wie ist das so? Ja, natürlich ist es das Ziel gewesen von Anfang an, hier den Profi-Vertrag zu unterschreiben. Und natürlich habe ich mich hier auch die Chancen ein bisschen besser eingeräumt, wie jetzt in München, um den Vergleich nochmal zu ziehen. Und natürlich mit dem norddeutschen Vergleich. Es ist immer schön, Hannover gehört in die erste Liga und wir werden sicherlich alles dafür tun, um das in der nächsten Saison auch noch zu realisieren. Und dann wird sich eh zeigen, wie dann der Kader aussieht, wie dann die Kaderplanung aussieht und welche Rolle ich dabei spielen werde. Das liegt dann erstmal schon in meiner Hand, was ich im Training mache. Aber dann auch bei den Verantwortlichen, was sie in mir sehen und welche Vertrauen und welche Wertschätzung sie mir dann zukommen lassen. Eine Frage noch zum Abschluss, die uns alle auch brennend interessiert. Dein Vorname ist ja Leo. Ja. Wie macht man das denn jetzt, wenn die Abwehrreihe Leo ruft? Ja, im Zweifel fühle ich mich immer angesprochen, wenn der Name Leo auf den Platz fällt. Das ist natürlich klar, aber eigentlich bin ich da jetzt nicht so. Meistens weiß ich, wenn ich gemeint bin. Aber ihr müsst euch doch irgendwie absprechen, oder? Ja, aber ansonsten gibt es immer meiner oder in der zweiten Mannschaft ist dann immer die Eins, wenn jemand irgendwie den Ball haben will. Alter, da hat man auch andere Synonyme für Leo, um da die Kommunikation halt trotzdem aufrechtzuerhalten. Okay, na gut. Dann war es das an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg hier in Hannover und eine schöne Weihnachtszeit. Dankeschön. Wie wirst du Weihnachten verbringen? Weißt du das schon? Ja, ich weiß es. Wir haben uns mit der Familie beschlossen, dass wir eine Kreuzfahrt machen, die Kanaren ein bisschen bereisen und dann bin ich danach den Feiertag wieder hier in Hannover und dann geht es ab nach Wien. Na schön, dann ganz viel Spaß dabei. Dankeschön. Wir sehen uns bestimmt bald. Und liebe 690-Fans, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wir wünschen natürlich auch euch eine schöne Weihnachtszeit und wir sehen uns bald wieder auf 690 TV. Hunächst mal auf 1,0-2. Wie war er noch 11 nätel inhachu? Wenn es nicht ungefähr hat, gibt's einen Lock aus. Bis zumal. Tschüss, du lease máximo da ab. Just Blah, was wir jetzt dabei vielmen事, ganz fürагasz? Untertitelung. BR 2018